los geht das herzlich willkommen zu unserer heutigen sendung hochinstruktive blitzpartien gegen janistan tv abonnenten er spielt bauer nach e6 das lässt uns nicht unseren neuen geheimplan d5 c3 in die tat umsetzen aber wir streben ähnliche störungen an mit läufer nach f4 das jute londoner system der läufer geht raus der typische plan ist die bau jetzt nach e3 c3 h3 zu stellen dann sprecher nach d2 laufen nach d3 und robin spielt bau nach d5 dann können wir übergehen in unser system mit bau nach c3 e7 jetzt beginne ich mit bau nach h3 spricht auch nichts gegen e3 aber dann könnte springer nach h5 funktionieren deshalb spielen wir bau nach h3 zuerst um dem läufer ein sicheres rückzugsfeld zu geben oder e3 ist die lazy variante des londoner systems aber wenn schwarz schon bauen auf d5 und e6 hat dann ist das eine relativ angenehm spielbare stellung sprecher nach c6 sieht man häufiger von nicht so erfahrenen spielern es versperrt den eigenen c bauern der gut genutzt werden kann im kampf ums zentrum also kein grober fehler weil ich würde immer erst zu bau nach c5 greifen wo ich diesen springer ziel spieler nach d2 wir bleiben bei unserem geplanten setup der läufer soll noch raus dann bei bedarf kurze hochharde und dann vielleicht hier irgendwelche angriffshandlungen mit sprecher nach d6 logischer zug von robin er möchte hier um dieses zentrumsfeld kämpfen ich tausche nicht die läufer sondern stellen springer hier rein er kann sich mit dem sprenger schlagen wegen des zug d schlägt e5 mit doppelangriff auf läufer und sprenger und wenn er mit dem läufer schlägt schlage ich mit dem bauern zurück versuche dann mit hilfe dieses vorpostens einen angriff zu organisieren wenn er nicht schlägt bleibe ich bei unserem plan die figuren rauszuziehen ich spritze hier nur eine frage wie bewegt man sich um mit dir eine partie zu spielen schreibe aber deinen leadchess usernamen in den chat challenge mich auf leadchess dann gucke ich da rein sprecher nach d7 robin kämpft um das feld e5 sehr löblich kurz überlegen ich versuche auch den punkt hier zu halten mit sprenger zwei nach f3 ich hätte ihm hier diesen doppelbauen verpassen können aber ich glaube dann warte ich noch bis er sich vielleicht noch etwas schwächt bauna f6 ebenfalls ein vernünftiger zug gut gelöst von robin hier muss man sagen bevor ich meinen vorposten weiter verstärken konnte zwingt er mich den aufzugeben müssen wir durch hinweg er wird zurückschlagen und dann muss ich überlegen ich würde gerne laufen nach d3 spielen da müssen wir aufpassen dass bauna e5 keinen ärger macht die schlägt e f schlägt e dieser doppelangriff bauna e4 liege in der luft ich könnte mich mit laufung nach g5 noch ausreden aber ich weiß nicht ob die stellung danach so toll ist ich probiere es mal aber ich habe kein besonders gutes gefühl bei laufschild r4 habe ich keine angst nach e schlägt r4 hatte ich wieder kontrolle über dieses feld aber auch nach e5 ist interessant dann werden wir ein bisschen rechnen müssen gucken was passiert johnny dino danke dir für den sub let's go von e5 robin guckst du den stream hier heimlich hat jan den chat mit dem durchschnittlich höchsten iq chat ist manchmal manchmal schockierend manchmal schockierend hier tatsächlich so robin ich muss hier glaube ich anfangen ein bisschen stress zu machen ohne die züge zu sagen er ist ja nicht so instruktiv was nutzt hier alles nichts ich so spielen auf leistung jetzt hier oh oh iq ist die elo des kleinen mannes nach elo diskussionen iq diskussionen es wird ein wunderschöner abend chat was habt ihr für iqs machen die glücklich kaiser du warst noch nie in meinem monte stream sollte ich soll ich versuchen wir kommen mal rein ich glaube ich bin nicht fame genug oder ok ich habe geblufft komm gib her robin so wir stellen ein paar drohungen auf ich glaube es ist sehr kompliziert wir drohen den läufer wegzuziehen mal schauen ob robin sich gegen diese drohung verteilen kann es droht laufer g6 gefolgt von dama h7 schachmanns leistere sagt iq gleich elo weiß ich nicht ich glaube ich weiß nicht ich verstehe die faszination mit iqs nie so aber ist da die diskussion sehr sehr häufig aufkommt im stream scheint es die leute ja zu beschäftigen mhm wer gefreut ob e6 keine gabel gewesen wäre doch aber ich habe schon eine figur weniger ich habe hier höhere ziele als gabel auf dame und turm ich versuche den könig zu erwischen ist nicht matt nicht wirklich nicht wirklich es ist eher spekulativ das ist matt fschlägt e3 fehler von robin ich wollte es ja nicht verraten spanner f6 wäre der beste zug gewesen greift die dame an und kontrolliert dieses feld da habe ich dame nach h4 gespielt dann hätte er vielleicht fschlägt e3 spielen können weil das feld h7 kontrolliert wird jetzt wo das feld nicht kontrolliert ist geht es bergab ich spiele für den flex laufer g8 schach oder laufer g6 oder irgendwo anders hätte es auch getan jetzt ist schachmann typisches motiv dame und springer harmonieren hier um den könig mal zu setzen vielen dank für die partie robin kr sehr sehr gut gespielt bis hier zu diesem schicksalhaften fschlägt e3 sprenner f6 und es hätte alles passieren können ich bedanke mich was haben wir noch für challenges hier schreibt eure leachers usernamen in den chat und die janistan subs werden sowas von bevorzugt behandelt klaro kann los geht das so bau nach d4 bau nach e6 ich bleibe hier unserem geplanten system treu spanner f3 bau nach d5 ich will ich will spielpraxis in diesen stellungen auch für euch chat bau nach c3 spanner f6 läuft nach f4 wir haben wieder das londoner system ich bin ja nicht so ein fan ich bin größerer fan wenn der schwarze bauer schon auf e6 steht und sprenner c6 wieder dasselbe worauf ich eben schon hingewiesen hatte es normal besser ist erst diesen bau nach c5 zu stellen bisschen mehr ums zentrum zu kämpfen jetzt spiel ich erst e3 springer nach hafen ist hier noch keine drohung weil der laufende ausweichen könnte deshalb muss ich noch nicht bau nach h3 spielen und erscheint erscheint hier die robin kr methode aus der letzten partie ziemlich genau übernehmen zu wollen ok ich spiel auch wieder so lolumat danke für den sub schaffst du heute nacht mba-finals nehmen uns morgen früh raus wird nix werden vielleicht schaffe ich morgen früh ich glaube ich schaffe morgen früh nur so das letzte viertel oder so zu gucken aber den war wieder schon richten spanner hafen nein das ist doch die dame klaro kann obacht dame schnappt sich den springer dafür schlägt e5 jetzt haben wir eine figur mehr hier ist der drops natürlich schon ziemlich gelutscht figur mehr und die figuren sind schon in schönen angriffsstellungen also spanner hafen übersieht diesen damenausflug und jetzt jetzt beißen wir uns fest hier in der schwarzen stellung dame nach h6 verhindert die kurze hochrade spanner e7 er versucht die dame hier zu vertreiben aber jetzt wollen wir nicht viele möglichkeiten ich glaube am einfachsten ist einfach das Feld unter Kontrolle zu nehmen läuft er nach d3 wenn der springer hier auftaucht nehmen wir ihn weg nach c5 der läufer nähert sich nach c4 den läufer behalten wir ich hätte auch gleich hier reingehen können aber kein grund für unnötige komplikationen schwarz fehlt eine figur ist natürlich schwer jetzt hier noch gegen spiel gegenwert zu leisten weggefragt ob dies und das schon easy win war alles ist easy win ich habe eine figur mehr ich drohe dame g7 läufer f6 es ist natürlich vorbei und klau kann gibt sich geschlagen ja das war die geschichte eines zuges nur dieses springer nach h5 kann es nicht bringen so wen haben wir noch warum nicht sofort dame g7 ist auch gut 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 die störung ist völlig hoch und wenn wir hier Das machen wir mal. Schwer gegen Ajero, ich habe das richtig gelesen hier, er ist die Stellung auch easy gegen Magnus gewonnen, ja, die Stellung mit Figur mehr, ist so vorbei, dass ich das selbst gegen Magnus easy gewinne. So, wir bleiben bei unserem System, warum spielt die ganze Welt hier Bauna E6? Chapeau nach T5 ist ein besserer Zug, damit behaltet ihr euch mehr Möglichkeiten offen, den Läufer noch rauszuziehen. Was? Bauna E6 ist natürlich nicht schlecht, trotzdem überraschend, dass wir das jede Partie hier kriegen. Ich bleibe unserem System treu, wir scheinen auch jede Partie dieselbe Stellung zu kriegen, hier, machen wir weiter. Da von der E7, jetzt springen wir den Bau nach H3, eben weil auf E3 ich Angst habe vor Sprengen nach H5, was ich den Läufer schnappen würde. Und die Stellung haben wir jetzt, ich glaube zum dritten Mal in Folge, scheint sehr populär zu sein. Hast du das nicht mal in irgendeinem Öffnungsvideo so gezeigt? Ne, ich empfehle E6 eigentlich immer nur, nachdem Weiß schon C4 gespielt hat, um unser Zentrum zu stabilisieren. Aber so, wenn Weiß es noch nicht angefeindet hat, dann müssen wir auch noch nicht E6 spielen. Aber es ist kein Fehler, ich bin nur überrascht, dass alle zu genau dieser Zug vorgegreifen, wenn in dieser Stellung auf Top-Niveau viel, viel mehr der Bau nach D5 gespielt wird, was halt flexibler ist. Alex Sabuth, danke für die Geschenke. Sehr nett, Gündalf hier. So, Sprengen nach C6, wir ziehen Figuren raus, Läufer nach D3, der typische Aufbau im Londoner System. Und hier ist es tatsächlich nicht so leicht für Schwarz, weil der Läufer jetzt hier eingesperrt ist. Und mit dem Sprengen auf C6 kann der Läufer auch nicht mehr so ohne weiteres raus. Ist schon eine etwas unangenehme Stellung für mich. Dopamin seit morgen, hau dir bestes Daumenkino. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber sind wir dabei. Mario Basler, gute Füße geblutet. Gänsefleisch, die kann man ausmachen. So, der Läufer kommt wieder nach D6, aber ihr verliert häufig einen Zug. Ich spiele erst Läufer E7, dann Läufer nach D6. Wärst du manchmal lieber Rummelboxer gewesen? Manchmal, die müssen den Chat nicht lesen. Aber ich lese häufig auch gerne den Chat. Die Frage ist, auf welchen Zug hat der Etienne Gardee gemacht? Das ist immer schwer zu beantworten. Skyjumper X, schöner Stream heute, so ohne Salz. Skyjumper Salz, können wir hier jederzeit vorholen. Wenn du darum bittest. C-Schicht D4, oh nein! Der Sprenger ist doch ungedeckt. Immer auf die Figuren achten. Hier, zack. Allem Strategiegelaber. Am wichtigsten ist es beim Schach, dass einem keine ungedeckten Figuren geklaut werden. Warst du schon mal in Österreich weggefahren? Ich war schon mal in Österreich. Wenn ja, wo denn überall? Ich habe lange Jahre österreichische Staatsliga, dieses früher, dann später Bundesliga gespielt. Also ich bin viel rumgekommen in Österreich. Ich bin eigentlich Vorarlberger, für den Schachklub Hohenems gespielt, wie in Dornbären, Regens, das ist meine Hood. Aber ich war überall. Links, rechts, Wien, Graz. Graz ist glaube ich meine Lieblingsstadt. Als reisender Legionär, man merkt sich aber wirklich nix. Wer ist das Fürstenfeld? Ich war sehr viel in Österreich. Großer Fan. St. Veit. An irgendeinem See. Am anderen See. Was gefällt dir an Graz? Ich mag die Innenstadt, die Innenstadt. Die ist so schön beleuchtet. Und es gibt das Punti Gamer Bier. Wäre das so ausgesprochen. So, hier haben wir eine Figur mehr. Deshalb ist nicht mehr so instruktiv. Ja, Chad, diese Stellung würde ich auch gegen Magnus Carlsen gewinnen. Figur mehr. Ist schon viel Holz. Sich nicht wegnehmen lassen. Und Bregenz for the win. Ja, ja, ja. Schönes Casino. Schönes Casino. Hm. Ich war auch einfach die meiste Zeit in Graz, glaube ich. Weil da viele Runden der Bundesliga stattgefunden haben. Ich kenne mich am besten aus. Immer im Nova Park Hotel. Mit dem Waran in der Lobby. Ich habe gute Erinnerungen an das Nova Park in Graz. Brot und Spiele. So, hier werden ein paar Figuren getauscht. Ich habe auch noch eine mehr. Den Springer hier haben wir befestigt. Also es sieht gut aus. Von der F5. Er sucht hier Gegenspiel zu organisieren. Aber es gibt Diagonalpech. Das kostet weiteres Material. Aiero. Es geht bergab. Hier, ich hätte auch mit dem Turm schlagen können. Dann auf Bauna E. Fiel mir der Dame zurück. Aber mit Turm mehr. Schade ist auch nichts, die Damen zu tauschen. Es erschwert etwas. Die Chancen auf Gegenspiel. So, Chat. Immer gerne nochmal eure Namen in den Chat schreiben. Wenn ihr Subs seid. Und eine Partie haben wollt. Weil ich es mir nie merken kann. Und der Chat schon wieder hochgescrollt ist. Also sag gerne Bescheid. Patrick Wolf. Du bist kein Sub. Defekt 90. Da ist er. Ich bleib bei unserem Programm. Wir wollen es ja hochinstruktive Partien zu unserem neuen Repertoire nennen. Aber keiner spielt hier Baunach D5. Interessanterweise. Baunach G6. Okay. Ich bleib hier im Londoner Bereich. Laufen nach F4. Und Figuren raus. Hier ist immer die Frage, ob man Angst hat vor Sprengern nach H5 oder nicht. Bei H5 kann man Läufer G5 spielen. Ist immer zweischneidig für beide Seiten das zu machen. Ich versuche mal jetzt mit Baunach C4 zu spielen. Gegen diese Systeme stelle ich den Springer lieber nach C3. Und jetzt müssen wir kurz überlegen. Kann ich hier nicht vielleicht wegnehmen? Defekt 90. Ich habe hier vielleicht vor dem Schlagen kurz überlegen sollen schon. Aber ehrlich gesagt, ist meine Entscheidung auch schon gefallen. Ich kann den Baunen wegnehmen, oder? Sprenger schlägt. Wenn der Sprenger hier schlägt, dann schlage ich hier. Turm schlägt. Läufsticht E5. Und habe einen Baunenbär. Also ich glaube, Turm E8 und der E5 funktioniert in dieser Stand nicht so gut. Ich mag mich täuschen. Aber ich sehe es nicht. WFG Empathies Trinkschach gespielt. Nicht, dass ich wüsste. WFG Empathies Trinkschach gespielt. So, Sprenger schlägt E5. Wir nehmen weg. Schlägt E5. Und Turm F nach D1. Ich habe einen Baunenbär. Den müssen wir jetzt noch verwerten. Die Frage ist, wie machen wir das? Am schlauesten. Da ist mein König ran. Bevor ich weiß nicht, ob ich die Struktur hier schon aufweichen sollte mit Bauner F3. Na, wahrscheinlich nicht. Ich spiele erstmal H3 auf Luftloch. Kann nie schaden. Wir gehen auf 8. Tja, wie machen wir Fortschritte? Ich bin ein bisschen unschlüssig gerade. Ich glaube, ich gehe hier vor. Aber es fühlt sich etwas wackelig an. Gleich am saubersten einfach die Türme zu tauschen und dann langsam, langsam den Extra-Bauern zu versuchen zu verwerten. Ich weiß es nicht. Mein Plan wirkt gerade etwas, etwas fahrig. Na gut. Wir haben immer noch einen Baunenbär. So schlimm kann es nicht sein. Aber ich bin mit meiner Technik hier bisher nicht sehr zufrieden. Jetzt versuche ich meinen König ein bisschen ran zu bringen. Nicht gut gespielt in den letzten Zügen. Das neue Monkey Island haben wir schon durchgespielt, ja. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, was hätte ich schachlich anders gemacht? Ich weiß nicht. Ich habe nicht so viel Zeit mit Schach verbracht in meinen 20ern. Ich habe viel Quatsch gemacht, viel gepokert, viel vorm Fernseher gesessen. Ansonsten, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt der talentierteste Schachspieler der Welt bin. Weiß ich nicht. Dazu habe ich halt auch, ja, davor Kram gemacht, den man so macht. Schule, Abi. Also ich glaube nicht, dass Weltspitze jemals in den Karten stand. Ich hatte mit 18, mit 18 habe ich Abi gemacht, ich hatte keine Ahnung, 2, 4 oder so. Also guckt euch, guckt euch Weltklasseleute an. Das sind schon, das sind schon Welten. Und jetzt im Nachhinein zu sagen, ich hätte auf keinen Fall zur Schule gehen sollen, ich hätte voll auf Schach sitzen sollen. Also, es ist, wie es ist. Ich fühle mich wohl in der Schachwelt, habe mich da immer wohl gefühlt. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt die eine Tür zur Weltspitze gehabt hätte und die dann verpasst. So. Schaffe ich es hier, Weltspitze diesen Bauern zu verwerten. Sieht nicht so aus, ne? Ich stelle ihn eher ein, den Meerbauern. Aber, noch einmal ein bisschen Hoffnung. Er nimmt nicht weg, vielleicht zu Recht. Aber jetzt sollte gewonnen sein, die Stellung. Der F-Bauer schlägt die Bresche. Früher oder später. Ich glaube, es kann ich direkt machen. Na, hier gibt es kein Halten mehr. Also, ich glaube, die einzige Chance war, den Bauern auf A2 zu schlagen. Auch dann sollte Weiß gewinnen. Aber wäre vielleicht ein bisschen knapper geworden. Meine absolute Lieblingsserie. Ich weiß nicht. Ich sage immer The Wire. Ich weiß auch nicht, aber es stimmt. Ich habe The Wire länger nicht geguckt. Also, so Personal Favorites sind eher The Shield. Ich liebe The Shield schon sehr. Danke für die Partie. Defekt 90. Aber ist natürlich objektiv jetzt nicht die beste Serie aller Zeiten. Scrubs. Ich liebe Scrubs. Curb Your Enthusiasm. Die fallen mir so ein. So, Chat. Satt an gehen, wenn wir spielen sollen. Sehr langer, komplizierter Name. Aero, vielen Dank für den Sub. Und wir spielen gegen Seedi. Okay, er spielt E4. Anbleiben. Unser D4-C3-Plan. Fug uns hier auch nicht so gut. Aber was soll man machen? Ja, wir spielen Russisch gegen Seedi. Läufer nach C4 in dieser Stellung ist, glaube ich, kein guter Zug, weil ich jetzt diesen Bauern schlagen kann. Also Läufer nach C4 ist besser. Nach Springer C6. Nach Springer F6 ist es wahrscheinlich besser. Ich weiß, dass es besser ist, den Bauern zu schlagen oder Bauern nach D4 zu spielen. Oder auch Springer nach C3. So, Bauern nach D3. Wir ziehen uns zurück. Jetzt kann er hier schlagen, aber dann gewinne ich mit Bauern nach D5 ein Tempo. Können Sie die Brettgeräusche anmachen? Ja, sorry. Hier. Sehen Sie jetzt an. So, er rochiert. Ich besetze das Zentrum. Versuche, diesen Bauern zu halten. Weiß kann ihn immer noch schlagen. Ist nicht so, dass ich hier schon den Meerbauern stabilisieren würde. Aber ich versuche, Bauern nach C6, um den Kollegen zu decken. Das ist Larry. Also heißt Körper auf Deutsch. Ein fürchterlicher Titel. Donner R1. Versuche, den Ballern anzugreifen. Jetzt versuchen wir ihn zu behalten hier. Laufen nach G4. Fesselt den Springer. Oh, ich habe ehrlich gesagt nicht durchgeregt, was auf Springer E5 passiert. Das sollte gut gehen. Hoffentlich. Springer D2. Brauchieren wir. Jetzt kann er H3 spielen. Muss ich hier wegnehmen. Springen wir die 7er. Ich brauche mehr, aber weiß ein bisschen Kompensation. Dark Project. Ich gucke im Moment relativ wenig Serien. Ich gucke nur Ted Lasso. Ich würde gerne Succession gucken, was ja überall abgefeiert wird. Aber ich habe keinen legalen Kanal. Das gucken wir euch kein HBO ab. Sonst wenig Serienkram geguckt zuletzt. Ich habe wenig Zeit schädigt. Aber die ganze Zeit, wenn ich nicht arbeite, oder wir können darüber streiten, ob das hier Arbeiten ist, dann streame ich. Also wenig Zeit für Serien tatsächlich. Ich habe auch noch zwei Kinder. Also ich komme zu nichts. Manchmal gucke ich on the road irgendwas, aber zuletzt echt wenig geguckt. Ich gucke nur so Ted Lasso zum Entspannen. Ist gleich auch vorbei jetzt. Und die dritte Staffel fand ich da auch nicht so toll. Sonst, wie gesagt, C fand ich gut mit Jason Momoa. Weiß ich aber auch nicht, ob das jetzt objektiv eine tolle Serie ist. Aber hat mich angefixt. The Shield. Ja, ich weiß aber auch nicht, ob das jetzt gut ist. Ich war sehr süchtig nach The Shield. Profil Crimeser. Willst du auch noch selbst Schauspieler werden? Oder ist das nicht mehr drin? Ich verstehe die Frage schon wieder nicht. Och, Chatter. Ich weiß, dass die Fragen nie böse gemeint sind. Aber es stürzt mich immer noch tiefer in die Midlife Crisis, wenn wir jedes Mal, jeden Stream bist du Schachspieler oder machst du noch was Ernsthaftes? Jedes Mal, wenn man vor der Kamera sitzt, wo man erklären muss. Ich weiß, dass es null böse gemeint ist. Manchmal, je nach Tageskomm. Trigger es mich auch nicht. Also, ich bin kein besonders aktiver Spieler mehr, aber ich verdiene in der Schachwelt mein Geld. Meine Hauptjobsmomente sind, ich bin Trainer von einem Weltklasse-Spieler, Anish Giri. Der ist momentan die Nummer 7 der Welt. Spielt bei diesem Norway Chess-Turnier mit. Dazu bin ich Schach-Bundestrainer, also betreue die deutsche Schach-Nationalmannschaft bei den großen Mannschafts-Events und halt zwischendurch mit den Spielern. Kontakt, das ist kein so Vollzeitjob, das wird häufig falsch eingeschätzt. Aber das ist eine meiner Betätigungen dann. Kommentator, ich kommentiere zum Beispiel heute, das habe ich auch ein bisschen müde, das Norway Chess-Schacht-Turnier, das habe ich auf Chesscom.de heute kommentiert. Was meine ich noch? Ja, dann bin ich auch, wie man es nennen will, Streamer und YouTuber und freue mich natürlich hier, wenn ihr euch den Quatsch anguckt, mein Kram unterstützt. Manchmal arbeite ich auch als Trainer noch für andere Leute in anderen Bereichen. Also dieses Jahr war ich sehr viel unterwegs, hauptsächlich mit Anish. Jetzt bin ich 10 Tage hier, kommentiere dieses Norway Chess-Turnier. Danach geht es weiter in ein anderes Trainingslager. Also ich bin gut unterwegs, aber ich verdiene mein Geld in der Schachwelt, aber nicht als Schachspieler, würde ich sagen. Davor war ich Gründer einer Schachplattform, Chess24.com, habe da lange gearbeitet. Die ist jetzt aber Teil der großen Chesscom-Familie, so dass man eigentlich will. So, was die Partie angeht, Laufscher F4, Darmscher F4 und ich weiß, dass die Fragen nie böse gemeint sind. Aber wenn man wie ich eh immer so ein bisschen zerfressen ist von Existenzängsten und Fragen, was man mit seinem Leben noch machen sollte, ich bin so ein bisschen wie die Frau mit dem Waschsalon hier aus, Everything, Everywhere, All at Once, dann triggert es manchmal, das Pro-Stream 10 Mal zu lesen. Verdienst du eigentlich dein Geld mit Schach oder hast du noch einen richtigen Beruf und was hast du gelernt und so weiter und so fort. Alles gut, aber manchmal triggert es mich halt. Bodybuilder wäre auch, Disco-Pumper, absolut. So, Sprechner war eins. Ich gruppiere das Fertshow. Machst du noch irgendwas bei Chess24? Nee, ich weiß nicht, ob da noch groß Content stattfindet. Ich glaube eher nicht. Also wenn, dann sind die Shows jetzt ja meistens in den Chesscom-Streams und werden noch in die Chess24-Streams gepackt. Aber es ist jetzt ja dieselbe Familie. Sprech' ja Nählons mit Anish? Nee, Engels. Engels. Ich würde gerne, aber nee, sprech' lieber Englisch. Und da mal nach C1. Gehen wir hier rüber. Und Fertschir raus, oder? Salvador, The Boss, da einen anderen Sportarten, blöden Mann, im Training ja auch mal rum. Mach Dreierwürfe gegeneinander. Okay. Ähm, ne, im Chat mal, ähm, Schach mach mal, wenn ich Dreierwürfe. Fuxi, Fuxi, das stimmt, dass das Rustam dein Vermieter ist. Ne, das stimmt nicht. Tosio Cato, kann man drüber streiten, kann man drüber streiten, natürlich. Ey, anonyme Geschenke, danke schön. Ey, kein Ahnung, was Rustam macht. Er ist ja auch viel als Trainer unterwegs, aber der für Abdus Hattorov hauptsächlich. Vermute, das ist sein Haupt-Grind im Moment. Gleich auch noch andere Klienten. So, Dauer nach G3. Sadie will die Damen tauschen, das könnte ich machen, ich hätte sie lieber auf dem Brett, ehrlich gesagt. Objektiv ist wahrscheinlich am besten, sie zu tauschen, mit dem Springer hier rein zu springen. Ich möchte das auch mal machen. äh, ja, 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 du kannst dich sagen kurze frage und dann hier drei absätze schreiben dopamin dankeschön wo würde ich der nächste trip hin ich fliege zum ersten mal mit meinem leben nach dubai tatsächlich war nicht meine entscheidung in ein trainingslager am 10 juni glaube ich so chat fragen wie üblich viel nach geld da bin ich ja gewohnt aber ich würde mal ein bisschen merkwürdig noch nachdem ich gerade erklärt habe warum ich das das ein bisschen triggert dafür dafür wir lesen die sehr sehr lange frage von smart die inder haben so viele tolle spieler gerade oft in den jeweiligen top 20 sind aber noch nicht so cold überdominant daher was ist es was es in diesem 27 plus bereich ausmacht sich doch mehr abzusetzen ich glaube karlson hat mal gesagt instinkt okay ist da eine frage drin oder ist das eher so dein dein statement also du meinst inder sind gut bis 27 aber dann fehlt der instinkt oder wie ist ja auch viele noch sehr jung ne sonja ist aus hanau wie matthew und maluna ich schätze die österreichische schachszene so ein ich weiß sehr wenig über die österreichische schachszene marcus raga ist seit jahr und tag glaube ich die nummer eins sehr starker spieler ich vermute inzwischen auch eher aktiv so als trainer sekundant was man so macht aber sonst weiß ich wenig über die österreichische schachszene häufig ist ja so ich weiß tatsächlich ob das noch so stimmt aber dass wenn irgendwie es ein level gibt so in österreich war es lange ich glaube inzwischen ist das niveau auch ein bisschen höher so um die 2 4 50 knapp 2 5 was einem reicht so in der nationalmannschaft zu sein dass es dann wenige gibt die ganz weit drüber weg kommen in deutschland war es ja auch so dass häufig die schwelle dann irgendwie so wie bei mir kam jetzt zwischen 2 6 und 2 6 50 ist und viele leute da dann festhängen und in österreich mit ausnahme von markus raga und ich weiß davor gab es auch gute spieler mal wie niki stanitz und so weiter aber gab es nie so viele die sich die da jetzt rüber gesprungen sind die sich so voll auf schach konzentriert haben aber wie gesagt ich bin relativ weit weg ich spiel auch lange nicht österreich liga ich glaube da gibt es auch viele junge starke neue spieler ich kenne mich nicht sehr gut aus in der österreichischen schachszene wirst du gucci resa hat einen freshen style ich aber ich warte ich erwarte mir dann noch mehr tatsächlich von ali resa ich hoffe die fashion studies werden es noch fresher machen hier was die partie angeht gegen seddy grinden wir fleißig bauern ein und seddy gibt sich geschlagen hätte noch torner e3 spielen können ich kann nicht springen auf drei spielen wegen schlägt und der hier weg gefesselt aber ich kann die störung langsam verstärken kirch g7 f5 und weiter geht es so haben wir noch challenges schreibt ihr gerne euren usernamen in den chat subs werden bevorzug behandelt wenn euch der stream gefällt und ihn unterstützen wollt dann könnt ihr das zum beispiel tun durch ein abonnement wenn ihr amazon prime habt verknüpft es mit einem twitch und unterstützt mehr kostenfrei janistan tv würde mich freuen und ich versuche hier den support ein bisschen was ich weiß nicht was zurückgeben ist was zurückzugeben indem ich gegen sie vorzuspielen oaero ist natürlich sehr sehr stark hier wir müssen uns alle mühe geben gegen aero hatte ich schon häufiger probleme wenn ich mich recht entsinne jetzt spiel ich bei e6 nach sprem f3 spiel mal d5 aber nach c4 kann ich nicht gleich d5 spielen das welt besetzt ist der aero spielt immer etwas gemeines hier gegen dem zu indisch muss ich durch bauna f3 wie hier wie fabiano was macht ne wie anisch gegen fabiano fabiano hat so gespielt machen wir auch oder wir spielen wie caruana gucken was passiert so hier da mal f5 ist hauptzug f5 ist die alternative das hier war gerade gestern die partie giri gegen caruana der folgen wir bisher den bauern sollte man erstmal verschmähen das ist noch relativ bekannt jetzt muss ich mich kurz erinnern spielt man hier ist damit c7 oder erst springer c6 ich glaube erst springer c6 sieht immer komisch aus diesen springer zu nehmen aber der andere springer soll eingesetzt werden um den bauern hier zu attackieren scoopstar danke für den sub ich glaube ich habe ich einer der hauptzüge hier auch dann wie dame a3 weiter der theorie kennnisse sind ja nicht so gut muss ich gestehen spielen wir hier gleich damit c7 sieht relativ logisch aus alternative ist immer bauna e5 zu spielen ich denke erst mal damit c7 das fällt zu räumen ich glaube anisch erläufer b5 gespielt statt a4 ist aber nicht so kritisch war cloudzat danke für den sub surprised at all there is not been so much tarash at nobay hasn't there been a love tarash? nakamura played tarash, ayan certainly tried to play tarash today anisch played tarash vs wesley no i think there's been pretty normal amount of tarashes so der läufer geht raus jetzt spielen wir e5 um hier das feld für unseren läufer freizuräumen da ist noch relativ normal kevin the dude sagt wer ist in der öffentlichkeit auf der kant? ne anisch ist tatsächlich ziemlich berühmt jetzt festgestellt als wir hier in bucharest oder warschau unterwegs waren tatsächlich bei jedem spaziergang so 2-3 mal wer da um fotos oder autogramme gefragt ich bin ich bin nicht sehr fang war mal ein bisschen mehr international als ich mehr auf englisch kommentiert habe so in deutschland ab und zu aber auch selten also manchmal werde ich hier in meiner hood erkannt aber echt nicht sehr häufig der project fragt wie unterscheidet sich die arbeit für magnus im vergleich zu giri schwer zu sagen für magnus habe ich ja bei wm matches gearbeitet bei giri ist es ja im moment bis das wm match kommt erstmal so bei einzelnen turnieren und dabei auch der einzige sekundant bei magnus war man ja im team bei den matches mit mehr leuten deshalb ist es schwer zu vergleichen bei turnieren ist halt häufig eher dann den plan für den gegner des nächsten tages zu machen während du beim matches ja den gegner immer weißt und eher einen generellen schlachtplan machst und an übergreifenderen themen arbeitest als jetzt zu entscheiden spüren wir morgen d4 oder e4 oder c4 wirst du es nervig angesprochen zu werden wenn du erkannt wirst ne ich bin auch wie gesagt nicht fame genug dass das dass das ein thema wäre was nur nur überrascht also speichert zwei läufer aus wahrscheinlich ne Jack Farley, danke für den Prime Sub. Ich weiß nicht, ob das hier erst noch normal ist. Ich habe immer ein bisschen Angst vor diesem Figurenopfer hier. Ist natürlich ein Figurenopfer. Ich möchte auch nicht, dass der Bauer weiter vorlatscht. Das sieht halbwegs normal aus für meine Begriffe. Ich bin aber nicht ganz sicher. So, wie spielt man das jetzt? Spielt man A6, spielt man Läufer C4, spielt man D8, spielt man D7, so viele Möglichkeiten. Ich spiele mal A6, nicht sicher, ob das richtig ist. Springer hier hin. Nicht klar, die Sterne. Grundsätzlich, wenn man es schafft, den Braun zurückzukriegen, stehe ich gut. Also, ich sollte versuchen, mich vorher irgendwie zu beschäftigen. Das wird nicht leicht. Das wird nicht leicht. Das wird nicht leicht. So, Aero Alta, da haben wir auch lange Bedenkzeile uns ja ausgesucht, wir haben noch keine Zeit. Die Serie Damen Gambit hab ich geguckt, ja fand ich gut, so sieht man aber aus 10. Tom B1, ich glaube ich sollte auf diesen Bauern ein Auge haben. Ich weiß nicht ob Tom FC8 oder Tom AC8 ist, kann man immer viel drüber philosophieren. Night Moves mit Christopher Lambert hab ich auch gesehen, ja ist ziemlich schlecht oder? Hab ich lange nicht gesehen, aber war glaube ich auch echt nicht gut, oder? So, Aero denkt hier weiter fleißig nach. Ich will nur den Bauern zurück haben, dann bin ich mit der Gesamtsituation halbwegs zufrieden. Ist halt auch nicht ohne für weiße Variante, Anni stand ja auch schlecht, wenn man nicht genau spielt, kann man mit dieser Struktur auch schnell ein bisschen hinten drin stehen. Du musst ein fesches Jäckchen mit Bundesadler tragen, ja so lauf ich privat sehr gerne rum. Habe ich tatsächlich. Zum FC1, ist es an der Zeit den Bauern wegzunehmen? Wahrscheinlich, ne? Irgendwann muss ich ihn nehmen glaube ich. Tag Project, vielen Dank für die 5 Sub Geschenke, gibt noch Geschenke hier zur Nachtschlaf in der Stunde, Dankeschön. Das fesche Bundesadler-Jäckchen im Merch-Shop, fürchte Schachbonte, ich weiß nicht wie Schachbonte im Merch ist, da tickt das wahrscheinlich nicht. Jack muss morgen um zu nachts schlafender Zeit um 11 in der Hamburger Innenstadt sein, um mich für einen Anzug vermessen zu lassen. Ich weiß nicht, wir werden, vielleicht bin ich zu breit gebaut für Anzüge, meint ihr die haben so viel Stoff, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Nur 637 Subs, ich weiß, Dark Project, es wird nicht gegönnt hier, es wird nicht gegönnt, da war ich fleißig gestreamt zuletzt, trotzdem vielen Dank, dass ihr dabei seid und für den Support. Hab ich Roos neuestes Video über mich gesehen? Ne, er hat Roos ein Video über mich gemacht? Große Ehre, Dankeschön Roos. Ich hoffe nur, nur Gutes, obwohl Roos natürlich weiß, dass er in meinem Herzen nie ganz an Ronny Berger rankommen wird. So, Bonner F4, Bonner F6 sieht am logischsten aus, ja, das werde ich overthinken glaube ich. So, Bonner E3, wie machen wir Fortschritte? Irgendwo Turm hin, ne? Der 8 vielleicht, hier anzuteasen. Jetzt liegen so Läufer C4, Springer C4 in der Luft. Die Stange ist schon ziemlich unangenehm für Beweis. Ich weiß nicht, ob sie schon verloren ist, aber sie spielt sich unangenehm, weil der Springer auch keine guten Felder hat. Also, so kann es schief gehen, diese Artstellung. B6 könnte ich hier mit Läufer C4 schon mal nachhaken. Bringt das was? Ich kann nicht schlagen wegen der Gabel, also muss er mit C2 spielen. Turm D1 geht auch nicht wegen Schlägt und Springer C4 nach Läufer C2. Ich sehe noch keinen direkten Ausmacher, aber ich habe natürlich viele verlockende Möglichkeiten. Ich kann hier wegnehmen und hier wegnehmen. Läufer B1, okay, dasselbe in grün. Läufer B5 oder so ein Quatsch, ne? Nix, ne? So viele Züge. Ich kann mich nicht entscheiden. Springen wir drei auf interessant. Ich glaube, ich bringe erstmal ganz doof den König in die Mitte. Das ging bestimmt noch etwas besseres, aber ich will den König nicht in dieser Diagonale rumstehen haben. Ich dachte hier, das Gegenspiel ist nicht besonders furchteinflößend. Springen wir G3, versuchen wir den Springer weiter einzuschränken mit G6. Also ich versuche ja auf Dominanz zu spielen. Irgendwann sollte ich auch versuchen, Gleitmaterial wegzunehmen. Ich glaube, noch muss es nicht sein. Springer F1. Springer D2 will er spielen. Vielleicht ist es an der Zeit, ne? Vielleicht ist es an der Zeit, das wegzunehmen. Fühlt sich falsch an. Wahrscheinlich ist es auch falsch. Schönen Läufer herzugeben. Was räumt das Feld für den Springer? Droht Turmschicht C3. Die Störung bleibt, glaube ich, unangenehm. So, KV im Idealfall durch Kreuzmaier die Pläne des Gegners und setzt gleichzeitig die eigenen um. Das lässt sich nicht pauschal sagen, was einfacher ist. Aber an die Pläne des Gegners zu denken, ist bestimmt schlau. Nicht immer leicht. Das ist ja meistens mit uns selbst beschäftigt. Das macht schon Sinn. So, Turm F6. Jetzt habe ich schon einen C4 Schach. Ist aber gut genug, oder? Müssen wir nicht overthinken. Und nun? Erstmal Rückzug. Und nun? Erstmal Rückzug. Rafa hat 2 übersehen. Er hat mir das Leben schon ein bisschen schwer gemacht. Ist auch eine 10 Minuten Partie und hat nach 5 Sekunden. In dieser Phase schalte ich auch ein bisschen ab. Was nicht immer ideal ist. Okay. Die Zeit ist um. Vielen Dank für die Partie. Aero. Ich weiß nicht wo es schief gelaufen ist. Ich müsste Theorie nach gucken. Soweit ist glaube ich alles halbwegs normal. Hier vielleicht gleich Dame A3. Ich glaube es gibt so Pläne mit Dame A3, A5 oder sowas. Oder ich war nicht sicher. Hier habe ich schon ein ganz gutes Gefühl. Ich weiß es nicht. Nicht so leicht zu spielen die Variante. Für beide Seiten. Trotzdem danke für die Partie. Bon schwa Mauri. Einen wunderschönen guten Abend. Was ist bei euch los? Bosch, gehst du manchmal in den Hammerpark? Ne, ist das dieses Tor Freiluftmuseum? Oder Planten und Blumen? Und ballerst da so Nakamura mäßig die Rentner weg? Oder eher nicht? Weil es ja eh keiner mit filmt. Und Hamburger Parks auch nicht so nice sind wie die Coffee Chess mit Boston Mike. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest Bosch haha. Aber ne, ich gehe wenig Freiluftschuss spielen tatsächlich. Ich glaube ja, für Videos ist wahrscheinlich Washington Square Park geeigneter. Ne, Planten und Blumen ist schön. Habe ich länger nicht. Ein Stück weg von mir. Ist ja schön. Schach an öffentlichen Plätzen ist Hamburg nicht so geil. Ich habe keine Ahnung, ich habe mich noch nie so mit Schach an öffentlichen Plätzen beschäftigt, ehrlich gesagt. Das hier ist mein Schach an öffentlichen Plätzen Chat. Gleich Diablo 4 Release. Ja, ja, ja. Das ist üblich hier. Gehen wir, spielen wir noch. Gibt uns Stadtpark, so ein großes Schachspiel. Ja, da bin ich schon mal dran vorbeigelaufen. Base Sacred. Alles klar. Casual. 10 plus 1. Das werde immer langsamer hier. Hier kommt der Bauer. Das Pferdschel. Oh, das ist mein Leben nach. Jetzt hören wir endlich hier unsere neue Geheimwaffe. Bauernacht C3 spielen. Chat, ihr wisst, ich lobe meinen YouTube Kanal selten. Aber ich bin sehr zufrieden mit unserem Bauernacht C3 Video. Ist, glaube ich, ein gutes Weißrepertoire. In nur 25 Minuten. Ist es nicht das, was ihr wollt? Unterhalte ich euch nicht. So, Base Sacred. Hast du schon studiert? Von einer E6, laufender E3. Das war der Plan. Smurf sagt, du bekommst einen maßgeschneiderten Anzug. Ich würde gefühlt morden für sowas. Das halte ich persönlich für übertrieben. Also mach, wie du meinst. Aber ich würde eher von den Morden für Anzüge abraten. Von jetzt an darfst du kaum noch abnehmen bezüglich des Zunehmens. Ne, ich werde sagen, ihr macht ein bisschen breiter. Ich plane, noch breiter zu werden. Bastille im breitem C. Kannst du mal bitte den Centibauer Verlust für Laien erklären? Ich weiß nicht, was das ist. Ist klar da. Kannst du ja nicht so ein Laie sein, wenn du ja nach Centibauer Verlust fragst. Ich weiß nicht. Bauer ist so 1 wert. Da ist ein Centibauer wahrscheinlich ein Hundertstel. Ist das der Centibauer Verlust? Dreiter als der Türsteher. So sieht es aus. So, Springer C6. Jetzt spiel ich gleich B4. Ich glaube, Springer C6 kann man nochmal B4 spielen. Weil dann auf A5 schon B5 mit Tempo kommt. Centibauer ist 100 Bauern. Hier klingt hier wie das Casting von Bauer sucht Frau schon wieder. Bastille hat einen Disstrack gegen Moneyboy gemacht. Moneyboys Antwort war aber besser. Okay. Von der A6 für eine B5. Aber kümmern sich natürlich nicht so darum, den Bauern zurückzukriegen. Spielen wir G3 Läufer G2. Ist da ein eigener Weg. So langsam wie er spielt, bin ich auch ein bisschen verlockt. Vielleicht den Läufer wegzuziehen. Aber hier wir spielen. Ich bleib bei unserem Plan. Ich bin jetzt nicht auf G3 Läufer G2. Ich glaube A6 sollte schlecht sein. Hier ist es vielleicht noch besser Läufer F4 E3 oder sowas zu spielen. Dopamin sagt, Jan, warum gibst du nicht den Hustler jeden Dienstag um 16 Uhr gegen Geld im Park spielen? Wahrscheinlich lukrativer als Twitch streamen, ne? Aber ich weiß nicht, ob ich mich da sehe. Hier den Dienstag gegen 16 Uhr. Im Park zu sagen, ey, warte, 2 Euro. Wenn wir morgen Bizeps umfangen messen, wäre da ein aufregender Moment für alle Beteiligten. Wenn wir morgen Bizeps umfangen messen, wäre da ein aufregender Moment für alle Beteiligten. Hattet ihr hier abgesprochen? Boa Borayel? Hm. Dann bist du endlich draußen wie Diablo 3. Ich habe schon häufig den Washington Square Park gegen Hassler gespielt. Und jedes Mal, wenn ich in New York bin, gehe ich vorbei. Ist immer lustig. Die Zahlungsmoral ist nicht so hoch. Ich bin da nicht reich geworden. Aber es macht immer Spaß. Gerade wenn man in der ersten Partie einen Torm oder so vorgegeben kriegt, dann zweite Partie nicht mehr. Will ich natürlich immer für zu haben. Ich versuche in der ersten Partie mal ganz knapp zu gewinnen. Aber ein paar Leute kennen mich da. Russian Paul, mein alter Freund, kennt mich. Aber ist immer lustig. Irgendwann muss ich mir die Tiangati mal im Washington Square Park. Eddie war ja gerade da und ihr habt gesehen, wer Schach gespielt hat hier am Union Square. Aber für Eddie sind die Jungs wahrscheinlich da eine Nummer zu groß, ne? Also ich schätze mal, die haben so 1800 im Schnitt. Sind schon nicht ohne. So, hier E5 Läufer E6 war ein guter Plan von Bay Sacred. Ich bin mir nicht mehr so sicher über meine Partieanlage. Dieses G3 in der Stellung wirkte ein bisschen Lash vielleicht. Aber okay, es ist wie es ist. Gleich muss diesen Läufer irgendwie loswerden. Er hat seinen Job getan hier auf G3. Sagst du den Schachrasslern vor oder nach dem Spiel, wer du bist. Ja, danach meistens ich verzichte natürlich auf die gewonnenen 5 Dollar. Die wissen meinen Namen ja nicht, aber ich sage ihnen, dass ich Großmeister bin. Dass ich nur zum Spaß hier bin. Aber erstmal natürlich hier. Yes, I am Jan from Germany. I am on holidays. I visited the Empire State Building. Erstmal machen wir ein bisschen Quatsch. Sprecher E4. Jetzt tauschen wir den Läufer ab. Der Springer hier ist mir auch zu weit vorne. Also tausche ich den Springer hier hin, damit der andere den Bauern noch decken kann. Sprecher E6. Wie geht es weiter? Ist eine sehr gute Partie von Bay Sacred. Macht hier vernünftige Züge, um Gegenspiel zu kriegen für den geopferten Bauern. So einem Gegner wie jetzt ist Großes bringen, weil Stream snipen würde wahrscheinlich nicht. Ich sage ja auch nicht so viel Züge vor. Also ein bisschen hilft es wahrscheinlich schon. Es würde wahrscheinlich nicht reichen, um die Partie zu gewinnen. Aber ich finde auch. Ich weiß nicht. Stream snipen, wenn man eh den Stream guckt und dann hier zufällig dran guckt, ist das dran kommt. Ist das ein Verbrechen? Nicht wirklich, oder? Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Etikette zu gibt. Spielt auf jeden Fall gut hier. Bay Sacred. Ich bin mit der Steuung nicht so zufrieden. Ich versuche hier die Kette zu sichern, aber ich habe irgendwas falsch gemacht. Und Tom D8, wieder guter Zug. Macht Druck. Schachgroßmeister in Bay Sacred. Hier mit C4 schon versuchen die Stangen zu schließen. Nicht gerne, weil mein Springer sich jetzt ein bisschen auf den Füßen stehen. Aber C schlägt D4. Gefiel mir tatsächlich nicht. Springer schlägt D4. Liegt hier Läufer B3 oder Springer B3 in der Luft? B5. Hast du da kurz die En Passant-Regel vergessen? Oh nein! So gut gespielt bisher. Dann zack. En Passant-Pech. Da wird sich Bay Sacred ärgern, glaube ich. Ist ja doch ein wichtiger Bauer, der jetzt für nix zu flöten geht. Klassische En Passant-Pech. Den geben wir nicht mehr her. So, ich muss immer noch ein bisschen aufpassen, weil Schwarz so aktiv steht. Aber wie gesagt, das war schon ein Big Porn hier. Jetzt versuche ich die Figuren rauszubringen. Fertscher, du bist dran. En Passant ist eine Schach-Spezialregel. Wenn wir hier einen Bauern haben und ein feindlicher Bauer zieht D4 vor. Dann darf man den im nächsten Zug so schlagen. Ich glaube, das hätte Bay Sacred, der mit sich heißt. Ein so starker Spieler. Er kennt die Regeln natürlich. Aber ich glaube, das hätte er für eine Sekunde nicht auf dem Schirm. Das könnte ihn die Partie kosten. Ich wäre wahrscheinlich auch ohne dieses Malheur Favorit gewesen. Aber Schwarz hat eine gute Stellung. Wenn jetzt diese Bauern schon recht mächtig sind. Natürlich. Der hat D7 gut gespielt. Ich muss mich hier noch langsam, aber sicher raus. Raus. Pellen. Drei bisschen Passiv. Den Baum behalten wir. Drei bisschen Passiv. Ich bin ein REALLY� place Давvoll. Drei, bin ein nl. Drei! Drei, deliber. Immer noch Arbeit, aber früher oder später sollte ich hier die Figuren koordiniert kriegen. Gertreuse, ne, Großmeisterstitel kann man nicht wieder verlieren, ist auf Lebenszeit, außer er wird einem aberkannt wegen unsportlichen Behaltens. Ah, das passiert selten. Und man kriegt ihn durch eine bestimmte Elo-Zahl, das ist im Schacht das Wertungssystem, gepaart mit drei sogenannten Großmeisternormen. Das sind gute Ergebnisse gegen andere Großmeister in Turnieren, so kann man sich das vorstellen. So, der Turm hier hat Probleme. Er wurde ein bisschen weggesperrt von den ganzen Bauern. Baysaker, ja, dieses, das On Passant Pech. Berli McFly erzählt wirre Sachen. Ähm... Ah, ne, Chat, ich verdiene meinen Lebensunterhalt nicht damit, dass ich alle zehn Jahre einmal um fünf Dollar mit Hustlern im Washington Square Park spiele. Das mache ich, weil es lustig ist. Welches Schachereignis freust du dich am meisten? Als Fan und zuletzt auch beruflich, aber als Fan Schach-WM bin ich schon immer am besten. Also die letzten drei Matches vor dem jetzigen war ich ja bei Magnus im Team. Das ist natürlich immer sehr stressig, viel Arbeit auch und viel, viel zittern, aber macht auch sehr, sehr viel Spaß. Ähm... Jetzt letzte, letzte WM-Match war ich ja nur in Anführungszeichen als Zuschauer, als Kommentator dabei, aber ich liebe Schach-WMs. Sonst, um vor Ort zu sein, Schach-Olympiade ist nice, weil da halt die ganze Schach-Welt irgendwie zusammenkommt und man jeden irgendwie mal sieht. Also so Event-mäßig Schach-Olympiade, am besten als Schach-Fan, das wäre ein Match. So, hier, Tschüss-Turm-Situation, danke für die Partie. Bay Seikert, sehr stark gespielt. Ich glaube, hier nach Bau nach C4, wie gesagt. B5, eine Sekunde en passant vergessen, ne? Ich weiß nicht, ob ihr mich triggern wollt mit den Washington Square Park-Geschichten. Ich habe da noch nie einen Cent genommen. Ich gehe da hin, spiele mit denen, zum, zur Unterhaltung, paar Partien. Man spielt meistens um Geld, weil es ja deren Job ist. Ich gewinne da meistens, tue manchmal am Anfang so, als wäre ich nicht so gut. Und, sagt er am Ende, ich bin Großmeister, das ist gut. Aber, es ist halt lustig. Häufig, ich habe es ja schon häufig erzählt, rufen sie dann, wenn sie gemerkt haben, dass ich ganz gut bin, den Endboss an. Das war zu meiner Zeit, als ich das war, ein Spieler eines Russian Paul, das viele Meister, hat so 2300. Der kennt mich, der spielt natürlich nicht mit mir um Geld, aber mit dem blitze ich da ein bisschen. Aber ich freue mich immer sehr, da zu sein. Das war ein sehr entspannter Vibe. Ich mag es gerne, die Szene da. Ja, ich habe mir gedacht, Alexander von Humboldt, aber man weiß es nie, deshalb. Ich muss vorsichtig sein hier, in diesem wilden Internet. Wäre Magnus angetreten, wäre es wieder sekundant gewesen. Weiß ich nicht, weiß ich auch nicht, ob er mich gefragt hätte, aber ich wusste ja schon relativ lange, dass es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass er wieder antritt. Hat er uns ja vor dem letzten Match schon so gesagt. Deshalb stand das nicht wirklich zur Debatte. So, spüren wir noch eine Partie. Was ist das für ein Roos-Video, von dem ihr sprecht? Vielleicht muss ich jetzt gucken. Okay, letzte Partie-Check, ich muss morgen wieder früh raus. Ja, ich bleibe bei unserem neu erlernten System. Wir gucken, was passiert. Die Buddy, ja, wer deutsch spricht, kann, kann vielleicht der Mensch sein. So, Alexander von Humboldt, da muss er auch einen Zug machen hier. Da ist ein Zug, bau nach C6. Gut, ich ziehe Pferd schon raus. Spannend auf Seil. Wo, hier kann ich auch mal noch C3 spielen, komm. Ist ja mein neues Steckenpferd. Ne, es gibt kein Videomaterial, wo ich gegen die Hassler spiele. Schon lange her. Und nein, jetzt habe ich die Chance gepasst, hier Daman C2 zu spielen. Ich war abgelenkt. Daman C2 ist auch mein Lieblingsdruck. Seht, das fantastische Video. Daman C2 hat so viele schöne Tricks. Und jetzt kann ich es nicht machen. Sprenger H4 sieht komisch aus, ist aber häufig tatsächlich keine so schlechte Idee gegen Läufer F4 oder Läufer F5 von diesen Störungen. Die Läufer hier nicht zur Ruhe kommen lassen auf der für ihn besten Diagonale. G6, dann nehmen wir ihn weg, oder? Mache ich noch Zeit? Ich könnte auch noch ein bisschen warten, vielleicht. Ich glaube nicht, dass der Läufer nochmal ziehen möchte. Wenn, dann kann ich ihn immer noch chasen. Sprenger D7. So, jetzt E3 oder Sprenger F3. Ich glaube, E3 ist okay. Okay, ich überlege immer Sprenger H5, aber dann habe ich noch Läufer nach G5. Hoffe ich jedenfalls. Genau, die Diagonale will man gerne für den eigenen Läufer irgendwann haben. Dann B6, logischer Zug, greift den Bauern hier an. Hm, fühle ich das vielleicht so? Auch um F6 zu verhindern, guckt die Dame in die Richtung und verteidigt natürlich den Bauern. Weiß nicht genau, was Alexander vorhat. E6, E5, eine Hochhade. So viele Möglichkeiten. Sollte ein bisschen besser stehen, aber diese Figurenkonstellation hier ist etwas fair. Ich muss vorsichtig sein. Spielt tatsächlich lange auch gerade. Was machen wir dann? Schicken wir da gleich ein Begrüßungskomitee los. Erstmal ein bisschen Figuren raus. Er will F6 vorbereiten, ne? Deshalb macht er das. 6G5. Ich kann vielleicht auch E4 spielen. Den Läufer das Feld freizuräumen. Weil es sieht ein bisschen komisch aus, aber E4 bin ich nicht sicher. Aber irgendwie lacht es mich an. Den Läufer hier hin zurückgehen zu können? Nicht sicher. E4 war ein bisschen antipositionell, weil ich noch nicht so gut entwickelt bin. Aber andererseits ist es auch wichtig, den Läufer Rückzugsfeier zu geben. Turm E8, der plant E5, aber das kann ich vereiteln. Zum Beispiel mit Läufer C4, was den Bauern hier angreift. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bester deutscher Schaffspieler auf All-Time. Lasker war 27 Jahre Weltmeister, ne? Das ist schwer zu toppen. Lasker, dann Hübner. Das ist, glaube ich, relativ klar. So, wo muss mein König hin? Wahrscheinlich hier, ne? Ja. Morgen große Diablo 4 Showdown. Ich habe auch nie irgendein Diablo-Spiel gespielt, Chad. Mit welchem Spiel, was ich kenne, ist vergleichbar? Hardis? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Bester Schaffspieler der Zeiten. Ich habe dazu eine sehr lange Serie auf Chess24 mit Peter H. Nielsen gemacht. Top 3 waren Kasparov 1, Karsen 2, ich glaube Fischer 3. Vampire Survivors, das klingt natürlich verlockend. Aber Diablo ist komplizierter, oder? Da hat es C7. Wie mache ich hier Druck? K3 sieht eh mal logisch aus. Das Feld unter Kontrolle zu nehmen, aber ein bisschen lame. Bei Diablo muss man selber klicken und so. Ja, ich glaube auch. Ist eher wie Hardis, oder nicht? Sage ich doch. Ist eher wie Hardis. Viel einfacher als Hardis. Okay, das klingt natürlich wieder gut. Okay. Niedermetzeln und Looten. Das klingt auch gut. Path of Exile kenne ich nicht. So, jetzt greifen wir die Dame an. Am Ende farmt man immer wieder denselben Boss, um mit 0,1% ein Item zu bekommen. Das klingt doch nach meiner Welt. Das ist zwar hier wie Schach. Immer weiter gegen 5 zu 100er spielen, um mit 0,1% ein Elo-Punkt zu bekommen. Spielen wir mal im Rating? Ich weiß gar nicht. Gönn mal Bauern, Alexander von Humboldt. Er gönnt einfach nicht. Er gönnt uns einfach nicht. Im Schach spielt man auch immer wieder dieselben Züge. Ja, ich muss ein bisschen, ich muss gerade mit Schwarz ein bisschen neue Eröffnung lernen. Also ich kann nicht jede Partie Marshall spielen. Mir wird selber ein bisschen langweilig. Schöne Berliner Mauer. Würde ich süchtig werden nach Diablo oder wäre ich zu schnell getriggert? Wahrscheinlich wäre ich zu schnell getiltet. So, F6, schwächt natürlich ein bisschen Schizzle hier. Vielleicht springen wir hier hin. Ich brauche einen Blick behalten. Bei F5-Spiel können wir hier reinspringen. Süchtig, Diablo ist ja anfängerfreundlich. Hm, interessant. Sehr grafiklastig. Grafik lastig. Ich muss hier ja endlich mal umstellen auf den guten Computer. Ich bin hier mal auf dem alten Schrott-Computer. Der Springer C5 noch nicht funktioniert. Schatzspringer G5. Ja, habe ich überlegt. Aber noch da mit D8 habe ich noch nichts Direktes gesehen. Kann sein, dass es besser ist. Ja, Läufer E6-FW bringt glaube ich nicht so viel. Blizzard-Spiel sind heftige Zeit. Ich habe doch keine Zeit. Ich habe doch keine Zeit. Alexander von Humboldt hat gleich auch keine Zeit mehr. G5, den nehmen wir weg. Den wollen wir ja auch. Jetzt F5. Ah, jetzt kriege ich das schöne Feld hier. So, wie brechen wir denn jetzt hier durch? Ich glaube ich noch gar nicht direkt, ne? Erstmal ein bisschen spacen. Okay, Chat. Ich gehe gleich pennen. Ich muss morgen relativ früh raus. Morgen ist Ruhetag bei Norway Chess. Ich bin tagsüber unterwegs. Vielleicht streame ich abends. Weiß noch nicht genau. Ansonsten packe ich noch Kram auf den fantastischen YouTube-Kanal. Dass ihr mich nicht zu sehr vermisst an diesem wunderschönen morgigen K. Was für ein Tag ist. Donnerstag? Springer D7. Ich will eigentlich ungern Springer tauschen. Alexander von Humboldt bleibt zäh. Maurice, es ist spät. Es ist spät. Morgen ist Samstag oder so. Was nützen im Schach super spezifische Ausdrücke wie Karlsboller Struktur oder beschleunigter Drache? Weiß ich auch nicht. Sollen wir abschaffen? Hier das ganze elitäre Schachtgelaber. Hier schmacht Turm zur Seite. Gebauer. Chat, wenn ich eins hasse. Dann Leute, die um kurz nach Mitternacht sagen. Ja, jetzt ist ja Freitag. Das heißt, morgen ist Samstag. Chat, jeder weiß doch, dass ich meine. Nach dem Pennen. Morgen Freitag. Warum? Mhm. Ja. Mhm. Ja. UP. AC7, versuche den Born zu retten. Wie kriege ich denn mehr Kram? Ich glaube eine Dame muss hier irgendwie noch eine tragendere Rolle spielen. Tagwechsel nach dem Aufstehen, danke Maurice, ist korrekt. Das Ding ist halt auch, dass ja jeder immer weiß, was gemeint ist, wenn ich sage, was ich morgen mache, weiß ja jeder, dass ich damit nicht meine, was ich am Tag, nachdem jetzt noch mal 23,5 Stunden vergangen sind mache, sondern wahrscheinlich, was ich mache, nachdem ich aufgestanden bin. Deshalb ist es eigentlich immer nur, man kann es freundlicher als Scherz werden oder als Erfüllter als Besserwisserei. Ja, hallo, ich wollte mal sagen, morgen ist ja mal Samstag. Chat, Alter. Wir bestimmen, wann neuer Tag ist, nicht die Uhr. So, jetzt geben wir endlich paar Bauern. Neuer mal Klugscheißer. Ja, ich bin schon auch ein extremer Klugscheißer. Deshalb reagiere ich wahrscheinlich so stark auf, wenn Klug zurückgeschissen wird. Ich frage mich auch, es gibt natürlich Fälle, wo man es echt nicht weiß, so bei Matteo zum Beispiel. Wenn Matteo jetzt um 18 Uhr aufsteht, ist dann für ihn, also steht dann am Freitag um 18 Uhr auf und geht dann am Samstag um 18 Uhr, ne, um, sagen wir, 10 Uhr morgens pennen. Ist für ihn dann der ganze Tag Freitag? Oder wie ist das da geregelt? Matteo sprengt vielleicht da unsere Regeln. Also bei Matteo, es ist 9 Uhr morgens, aber er hat noch nicht geschlafen. Ist noch Freitag oder ist schon Samstag?